Liebe Schwestern und Brüder, Jesus begegnet seinen Freunden im Evangelium heute nach einer langen Nacht, in der sie nichts gefangen haben. Und er bittet sie, um etwas zu essen. Das gehört zur Demut Gottes. Er bittet uns Menschen um unseren Einsatz. Er möchte unsere Mitarbeit. Er bittet auch uns, die wir heute hier zur Feier der Heiligen Eucharistie zusammengekommen sind, um unseren Einsatz zu fischen. Menschen fischen für das Reich Gottes. Er bittet auch uns, ihm zu vertrauen und nach seinem Wort zu handeln. Aber dann geschieht im Evangelium etwas Merkwürdiges. Als die Jünger zurückkommen und tatsächlich viele Fische gefangen hatten, da benötigt Jesus diese Fische gar nicht. Er hat das Frühstück schon bereitet. Nun lädt er die Jünger ein. Er ist der Gastgeber, der ihnen zu essen gibt. Die Gabe, Brot und Fisch, ist geheimnisvoll und doch nicht schwer zu enträtseln. Brot und Fisch weisen hin auf Jesus Christus selbst, der von sich gesagt hatte, ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot und auch der Fisch, der für uns hinabgestiegen ist in die Wasser des Todes, um uns dort zu suchen und zu finden. So verweist dieses Frühstück, das Jesus an der Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit bereitet hat, auf die Heilige Eucharistie, auf die Speise vom Himmel, die Jesus selber ist. Kommt und esst, das sagt er in dieser Stunde auch zu uns. Er lässt auch uns so bereits die Grenze der Zeit und des Todes überschreiten. Wir dürfen einen Vorgeschmack auf die ewige Gemeinschaft mit Christus in der Herrlichkeit des Himmels erfahren. Damit wird eine wichtige Wahrheit über die Kirche deutlich. Kirche ist zuallererst Gemeinschaft in der Feier der Heiligen Eucharistie. Hier ereignet sich das, was die Kirche von jeder anderen Gemeinschaft unterscheidet. Ohne Eucharistie keine Kirche. Gott gibt sich uns. Gott wird unsere Speise, sodass wir anfangen, von ihm zu leben und damit wirklich zu leben. Durch die heilige Kommunion werden wir zur Gemeinschaft mit Christus und dadurch auch untereinander. Was bedeutet das jetzt für unser Leben konkret? Wenn wir diese Frage beantworten wollen, stoßen wir auf jenes scheinbare Paradox, das wir eingangs gesehen haben. Zuerst bittet Jesus die Jünger um etwas zu essen. Sie müssen ausfahren, seinem Wort vertrauen und entsprechend handeln. Aber heimgekehrt ans Ufer zeigt sich, dass er der Gebende ist. Dieser scheinbare Widerspruch ist nicht ein Mangel an Logik des Evangelisten oder ein Mangel an Logik bei Jesus. Er deckt vielmehr die innere Dimension der Heiligen Eucharistie und die innere Wirklichkeit des ganzen christlichen Lebens so auf. Es geht dabei nicht um eine Art Handel. Zuerst müssen wir etwas geben und dann bekommen wir als Belohnung etwas zurück. Es geht vielmehr um einen unverzichtbaren Zusammenhang zwischen unserem Tun und dem Wirken Gottes. Denn als Jesus die Jünger bittet, habt ihr etwas zu essen, da haben sie ihn ja noch nicht erkannt. Es ist ein für sie Unbekannter, der am Ufer stehend sie um eine Gabe bittet. Erst als die Jünger selbst dieses Geben lernen, als sie sich mühen etwas zu haben für diesen Bittenden, wächst in ihnen die Liebe, die sie dann aufnahmefähig macht für die Gabe Jesu. Diese, wir können sagen, soziale Dimension der Eucharistie ist ihr nicht nachträglich irgendwie von außen auch noch aufgesetzt worden. Nein, diese Herzenserweiterung bei den Aposteln ist der Raum, ohne den wahre Kommunio, wahre Gemeinschaft mit Jesus gar nicht möglich ist. Zuerst müssen wir uns selber geben, uns öffnen, um dann überhaupt Gottes Gabe richtig empfangen zu können. Zuerst müssen wir unser Herz weiten lassen, um dann bereit zu werden, die Gabe Gottes, seine Liebe, ihn selbst, empfangen zu können. Um eine große, kostbare Gabe erhalten zu können, brauche ich ein entsprechend großes Herz. Um Gott empfangen zu können und damit alles, muss ich bereit sein, alles mich selbst zu geben. Auch diese unsere Hingabe ist von seiner zuvorkommenden Güte getragen. Aber es geht nicht ohne meine Freiheit. Darum kann Gottes Gabe mich nicht erreichen, wenn ich nicht zugleich bereit bin, auch mich zu schenken. Wer das Feuer Gottes empfangen will, muss bereit sein zu brennen. Oder besser, wer die Liebe Gottes für sich will, der muss bereit sein zu lieben. Das heißt, sich in den Sog des Schenkens hineinziehen zu lassen. Nur indem wir schenken, können wir beschenkt werden. Nur indem wir opfern, empfangen wir, was wir durch nichts verdienen können. So ist in der Eucharistiefeier der Moment der Opferbereitung nicht nur der Moment, wo wir möglicherweise materielle Gaben spenden, etwas Geld für gute Zwecke geben, sondern vor allem der Augenblick, wo wir uns selbst mit der Hingabe Christi auf dem Altar verbinden können und sollen. Mein Heimatpfarrer sagte es mit ganz einfachen Worten. Ein wenig Essen, ein wenig Trinken wird auf dem Altar bereitet. Essen und Trinken ist irgendwie das Leben insgesamt. Das kommt von uns. Wir sollen uns selbst mit der Hingabe Jesu verbinden. Das ist die innere Dimension der aktiven Teilnahme an der Eucharistie, der Partizipatio Actuosa, von der das Zweite Vatikanische Konzil besonders spricht. Wir empfangen die heilige Eucharistie nur dann richtig, wenn wir den ganzen Weg Jesu mitgehen durch das Kreuz zum Leben. Durch unsere Bereitschaft für die anderen mitzusorgen zur Gemeinschaft mit Christus. Durch das Auswerfen des Netzes auf das Wort des Herrn hin wird die Kirche aufgebaut. Das geschieht zum Beispiel dann im Alltag, indem wir unsere Arbeit, unsere alltäglichen Mühen als Werkzeug unserer Mitwirkung mit Gott einsetzen. In meiner Kindheit und Jugend konnte es schon einmal vorkommen, dass es morgens am Werktag zwischen dem Aufstehen und dem Verlassen des Hauses zeitlich eng wurde. Vielleicht ist das heute manchmal auch noch so. Wenn ich nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt das Haus verließ, dann konnte ich nicht pünktlich in der Schule sein, dann war die Straßenbahn weg. Da konnte es schon einmal vorkommen, dass die Morgentoilette etwas sparsamer ausfiel. Aber auf zwei Dinge haben meine Eltern, vor allem meine Mutter, doch geachtet. Erstens, ich ging nie ohne Frühstück aus dem Haus, auch wenn das manchmal dann etwas kürzer war. Und zweitens ging ich auch nie ohne Morgengebet aus dem Haus, auch wenn das dann manchmal etwas kürzer ausfiel. Das war dann oft gesungen oder gebetet, die erste Strophe des Liedes Alles meinem Gott zu ehren, in der Arbeit, in der Ruhe. Das war die sogenannte gute Meinung am Anfang des Tages. Der Sinn war, der ganze Tag sollte für Gott sein. Dieses positive Vorzeichen vor allem, was dann danach kam, das machte tatsächlich einen Unterschied. Jeder Tag, auch dieser, so knapp das Gebet vielleicht auch morgens ausfiel, sollte ein Tag nicht nur von Gott, sondern auch für ihn sein. Durch dieses Gebet sollte das Herz darauf ausgerichtet, geweihtet werden, Gelegenheiten zu erkennen, wo diese Absicht dann verwirklicht werden konnte. Vielleicht ja schon auf dem Weg zur Schule in der Straßenbahn, etwa durch ein Zugehen auf einen von den Mitschülern, die eigentlich nicht zu den Sympathischeren gehörten. Unsere Opfer aus Liebe, liebe Schwestern und Brüder, sind wie ein Netz, das andere für Jesus gewinnt. Indem wir immer wieder neu auf unseren Eigenwillen verzichten und indem wir schließlich auch den irdischen Tod aus der Hand des himmlischen Vaters annehmen, wachsen wir als Christen, werden wir Jesus immer enger verbunden. Dann werden wir auch sein Wort immer deutlicher hören, das aus der Ewigkeit in diese Zeit hinein klingt. Kommt und esst. Empfangt in der Gestalt der zeitlichen Nahrung die Speise für das ewige Leben. Amen.